Moin, ihr Lieben, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Aurich TV und heute in einer etwas anderen Variante. Ja, ihr seht es hier auf dem Marktplatz, wird ordentlich aufgeräumt. Sonntag haben wir den 17. Juli. Hier ist drei Tage zünftig gefeiert worden, nämlich das Auricher Weinfest. Und das war an allen Tagen sehr, sehr gut besucht. Und Jürgen und ich nutzen mal die Gelegenheit versuchen, ein neues Equipment, ein sehr kompaktes Equipment, was wir uns mal jetzt besorgt haben, um mal einen Testdreh zu machen. Ja, ihr seht es, hier wird also ordentlich aufgeräumt, jede Menge Müll ist hier noch rum. Die Bühne ist jetzt abgebaut, die Bühnenbauer sind fleißig. Jürgen war für euch die letzten Tage auf dem Weinfest und hat ordentlich Schnittbilder gedreht. Die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Wir machen so ein kleines Weinfest-Special, deshalb so ein paar Minuten. Jürgen hat da für euch was zusammengeschnitten. Es war wohl ein großer und voller Erfolg. Gerade wurde noch berichtet, es gab auch reichlich Alkoholleichen gestern, aber die sind ja bei so einem Fest normal. Einige Krankenwagen waren unterwegs, aber was Schlimmeres ist wohl nicht passiert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Impressionen vom Jürgen. Für mich ist es ungewohnt, jetzt mit zwei freien Händen in der Gegend zu stehen und nur mit diesem kleinen Ansteckmikrofon zu arbeiten. Aber das ist die neueste Technik und der verschließen wir uns nicht. Wir probieren jetzt mal aus. Ich wünsche euch was. Genießt die Bilder vom Jürgen. Haut rein. Bis die Tage. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.